...die Fahne schwenkt und manchen Gesicht auf das Podium versperrt. Ich darf aber noch auf einen anderen Geburtstag hinweisen. Drei Tage später, am 17. ist der 200. Geburtstag von Georg Büchner. Er wird erwähnt und über ihn können Sie nachlesen in dem Bürgerbericht von Jürgen Peter, Peter Groman. Untertitelung des ZDF, 2020 Musik 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 Applaus 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 Darf ich euch was sagen im Zusammenhang mit der Klesmungs? Ich sehe hier so viele Leute. Am 3. November gibt es in Nürtingen ein Klesmung-Konzert der Gruppe Klesz-Tet, der wir beide angehören. Und das wird so sechst und spielen Klesmung-Musik ein ganzes Konzertprogramm. Eintritt frei, aber spenden erbeten in der Kreuzkirche Nürtingen 19 Uhr am 4. November. Applaus 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 Musik 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 Applaus Applaus So, vielen Dank an die Gruppe Critical Class. Ich darf Sie im Einzelnen nochmal vorstellen. Da ist Betty Große mit der Klarinette. Applaus Werner Dürer spielt für die Geige. Applaus Angelika Alenck, die Querflöte. Applaus Brigitte Württere mit der Posaune. Applaus Und Uli Zell mit der Puba. Applaus Applaus Vielen Dank. Applaus 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 Applaus